Achtung! Präsentiert das Gewehr! Dann zieht halt natürlich sonntags der Zug hier lang, holt uns dann hier ab, wir werden dann hier raus präsentiert. Vorher treffen wir uns dann mit den Ehrengästen hier, also dass wirklich auch die Auswärtigen alle hier aus der Residenz mit ihren Kleidern rausziehen werden. Vor einigen Jahren haben wir erste Treffen organisiert mit einem Vertreter von RWE, als es dann wirklich um die Gestaltung einer Umsiedlung ging, auch einer Bruderschaft, und haben dann versucht, so einen realistischen Zeitpunkt festzulegen, ein Jahr festzulegen, wo es sinnvoll ist, im alten Ort den Abschluss zu gestalten, um dann im nächsten Jahr im neuen Ort neu zu beginnen.